ARD Text im Auftrag von Funk 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 auch noch falsch geschrieben. Fitlastic schreibt man den ja. Ich spiel nicht mehr mit. Das darf ich jetzt nicht so einfach malen. Da muss ich mir schon ein bisschen Mühe geben. Stimmt, Zack. Guck mal erst mal das Bild an. Wie sieht denn die aus? Oh my god, so cool. Fuck. 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 Vielen wundernStürn, ey. Mega gut gemalt! 10 von 10 McDonalds? Hä? Easy Putz Lena, bist du Malkunst, also Malmeisterin? Auf jeden Fall Ja, dann warte mal auf Voli Bär, ey Busch Easy Was ist das? Guck mal, ob das in der Hand ist Ja, hab ich's auch Hey, keine Tipps geben Oh Gott Wie ich das immer als erstes errate und trotzdem dritter bin WTF Oh Gott Nee, ich schreib mir den A Das Mach ich mal nahe dran Boah, das ist richtig gut, ey Hä? Also der Anfang war richtig stark, ey Also der Anfang war richtig stark, ey So richtig schön detailliert und dann Puck, Puck, Nase steht Also, mach mal so'n Cross-Dress da draus Ich mach da keinen Cross-Dress Hä? Was ist das? Also der Anfang war richtig gut, ey Das klingt Oh Gott, sehr Dank, ich hab's noch Oh Gott, sehr Dank, ich hab's noch Oh Was? Das war Jinx-Frisur An dem Schal hab ich dann An dem Schal hab ich dann erkannt Oh Mann Alter Äh 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 Na das tue ich Zeit, ne? Ja Keinen Stress Alle Zeit der Welt Alle Zeit der Welt Joa, dann raten wir mal blind Joa, bleib doch mal geschmeidig, ey Timo Easy Achso, ja klar, da kenn ich auch alles draus Na denk mal an die Kopfform Ja mach ich Yay Hat der irgendwie ne Nummer auf dem Kopf bei dir? Ja der hat auch diesen Schädel auf dem Kopf Ja, stimmt, das war genau, hätt's wo du's sagst Ja Anti-Made Hm Ich suche dir den Punkt da oben, das war aber Hm, was hat denn da ein Punkt auf dem Kopf? Welche Jam könnten das sein? Hm, mit Punkt auf dem Kopf? Mega weird Oh Gott Bisschen verkrüppelt, egal Digga, was? Ach egal, mach mal ein Strichmännchen draus Wie heißen die denn? Achso Oh Ich glaub den gibt's noch gar nicht in der Kluft, das ist der neue Champion Das ist der neue Champion Ach, das ist ja unfair Boah Äh Halt Sehr schön gemein, ey So Oh 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 diese Flatterbeinchen Oh Gott, Alter Oh Gott, Alter Okay, das ist ein Mädchen Würde ich so nicht sagen Alter Alter Oh Gott Oh Gott Oh Gott Und wie immer die Arme unter den Titten sind Wieso Jinx? Ist das ein Titten zu sehen? Boah Oh 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 Der hat doch keine... Mit welchem Skin hat der denn blaue Hörner? Das sind die Haare aufm Rücken Nackenhaar Ja, aber die siehst du dann nicht, wenn du das Gesicht hast Oh Jesus Ja, ich hab ja das Artwork abgemalt, was mir angezeigt wurde Ja, war richtig gut auf alle Fälle Fand ich aber auch Lena hat verkannt Ja, super Ich hab verkannt, das war wirklich gut eigentlich